Musik 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 Schönen Das ist für die Brücke ganz überraschend. Wir finden deshalb, dass wir sehr toll und wichtig sind. Wir haben hier ganz nett die Prüfung von der Brücke, wo ist der Brücke der Brücke, wo ist der Brücke der Brücke. Ich denke, das ist sehr viel überraschend. Die Kooperation der Brücke zählt. Wir fangen an den Pfarrer an den Pfarrer, die Stolzzeit. Die Pfarrer, die wir gerade sind, die Profi-Varrei. Wir haben uns jetzt von Maroschen mit den talentierten Spielern in der Familie zu arbeiten. Wir freuen uns, dass wir heute bei den Stolz-Varreihen von der Frau Kreuzer und der Freundin der Brücke. Ich danke, dass wir heute hier gute Gespräche hatten. Wir haben die Möglichkeit, die Urspieler sind bekommen, die KMT-Ansleide, die auf den rechtsverschließend kommen könnten. Zwischen an den Situationen, die einleitend. Die Deutschland ist eine Frage, wie die Stolz-Varreihen, aber eigentlich war nicht klar. Die Jungs-Varreihen, aber eigentlich war nicht klar. Die Jungs-Varreihen, die nur Parteien, die verrichtet ist, das ist wichtig. Das ist wichtig. Die Stolz-Varreihen, die Pflanzkrieg, die Stolz-Varreihen, aber die Stolz-Varreihen, die wir haben ja nicht und klar. Die Vorschlagschaft ist, die Sie haben richtig geschaffen. Wir haben ja solche Tage bei uns, dass wir uns nicht bekommen haben. Die Stolz-Varreihen, die wir uns kollabieren. Ich glaube aber, dass hier auch keine Spieler, die auch hier durchaus befändigt werden, so zu geworben und dann trotzdem in sich zu machen, die man dann auch nicht mehr machen kann. Der Faktor ist aufgeregt, ist jetzt so eine Art Probezeit, der muss jetzt ein Arbeitsmodell geben. Das ist jeder schon breitzeit. Es ist so, dass der Arbeiter und der Arbeiter streiten, Ich denke, es ist auch so, dass man bei den Spielen abschließt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man bei den Spielen abschließt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man bei den Spielen abschließt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man bei den Spielen abschließt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man bei den Spielen abschließt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man bei den Spielen abschließt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man bei den Spielen abschließt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass die Spiele abschließt. Jetzt wird es so dargestellt, als wäre es rund um ein Toto gewesen. Es wird ein Eskursspielwerk, etwas vorsichtig auf der CFR. Es wird auch super gefreut werden, wenn das für Sie geklappt hätte. Gibt es Schattenzeiten oder anders ist das auch eine Herausforderung? Ich denke, es ist ein Vorsitzender. Ich denke, es ist ein Vorsitzender. Ich denke, es ist ein Vorsitzender. Das war alles. Das war ein Preis der Restrohrer, was in der Zielsetzung war. Da hat er mir dann noch ein Vorsitzender bekommen. Das hat dann auch eine Angestaltung. Das ist viel Vorsitzender. Wie es ist, dass wir vorletzend sind. Die Aufmerksamkeit, das ist alles andere. Ich denke, es ist ein Vorsitzender. Da sind viele Vereine. Die Mannschaft, die da und die Frage wäre, wenn wir nicht groß sind, ist ein Verlangen abgeschüttender. Und es wird am Anfang hier, und das heißt, wir haben gestohlen, und es wird dann auch noch gewachsen, die sich bekommen. Es ist ein ganz klar, dass wir in der Praxis schon gewähren sind. Und es sollte sich nicht gut sein. Eine kurze Frage. Kannst du als sportlicher Fachmann vielleicht eine sportliche Seite zu dem Ganzen erklären? Ja. 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 Vielen Dank.